Hallo, mein Name ist Vanessa und das hier ist meine 10-jährige Mustang-Stute Holly. Vor einem Jahr wäre es wirklich undenkbar gewesen, dass man sie mal so reiten kann. Denn früher war sie alles andere als brav. Unsere Entwicklung habe ich in einem Videotagebuch festgehalten. Viel Spaß mit der Geschichte von mir und Holly. Hallo, ich bin Vanessa und vor ca. einer Woche haben wir uns aus einem Reservat einen Mustang geholt. Das heißt, sie war ein Wildpferd und wurde halt eingefangen. Und ja, jetzt lebt sie hier bei uns auf dem Grünwaldhof. Allerdings kennt sie so gut wie gar nichts und ist eher ein Pferd von der wilderen Sorte. Ich habe mir das alles viel einfacher und auch schneller vorgestellt, aber hier braucht man wirklich sehr viel Geduld und Übung. Mein Ziel ist es, aus Holly ein ruhiges Pferd zu machen, das nicht arg schreckhaft ist und auf dem auch meine kleine Cousine reiten kann. Und ich denke, das Videotagebuch ist eigentlich eine ganz coole Sache, um halt auch das alles aufzuzeichnen. Das ist Holly und wie ihr sehen könnt, ist sie ziemlich unruhig. Es hat wirklich ungelogen Stunden gekostet, bis wir sie aus dem Pferdehänger in der Box hatten. Und wie lange es gedauert hat, bis wir sie erstmal im Pferdehänger hatten, sei mal dahingestellt. Das hat nämlich mindestens doppelt so lange gedauert. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet, bis sie wieder ruhiger geworden ist. Wie ihr sehen könnt, beobachtet sie mich auch schon, denn wir wollen jetzt versuchen, sie ein bisschen an das Halfter zu gewöhnen. Klar, sie kennt das Halfter schon, aber mögen tut sie es nicht. Erstmal lege ich ihr ganz ruhig den Strick über den Hals und symbolisiere ihr damit, dass es nichts Gefährliches ist. Das Wichtigste ist, geduldig und vorsichtig und auch langsam an die Sache ranzugehen. Hektik können wir hier überhaupt nicht gebrauchen. Jetzt habe ich ihr den Strick wieder vom Hals gezogen und sie ist dabei ganz ruhig stehen geblieben. Das war mein Ziel. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal mit ihr geübt und ja, jetzt klappt es eigentlich schon ganz gut. Ein neuer Tag ist angebrochen und heute werde ich versuchen, ihr das Halfter anzuziehen. Sie ist in der letzten Zeit auch viel ruhiger geworden und ich denke, sie ist jetzt bereit dafür. Ich bin wirklich richtig stolz auf Holly, denn tadaaa! Ohne Probleme konnte ich ihr heute das Halfter anziehen. Sie ist wirklich total ruhig stehen geblieben, was ich echt nicht erwartet hätte. Die letzten paar Male, als ich das versucht hatte, ist sie immer ausgewichen oder hat versucht, mich zu beißen. Aber ich bin total überrascht, heute hat es endlich geklappt. Huhu, heute ist wieder ein neuer Tag. Ich habe jetzt mehrere Tage hintereinander das Aufhalftern mit Holly geübt und es hat wirklich fast jedes Mal reibungslos geklappt. Manchmal kam zwar immer noch ihr kleiner Dickkopf zum Vorschein, aber das ist ja nicht schlimm. Fakt ist, dass das Aufhalftern jetzt prima funktioniert. Jetzt können wir zum nächsten Schritt rüber gehen. Und zwar das Führen. Hierfür habe ich ihr jetzt wieder das Halfter angezogen. Und der erste Schritt ist, dass ich hier jetzt ein bisschen Druck ausübe. Sie soll nicht genervt davon sein und eher ruhig stehen bleiben. Das klappt schon mal ganz gut und wir werden jetzt mal die Boxentür aufmachen. Wichtig ist, dass Holly stehen bleibt und nicht einfach rausrennt. Holly, nein, wir bleiben stehen. Stopp, Holly! Jetzt schicke ich sie gleich wieder zurück, denn sie muss lernen, erst dann zu gehen, wenn ich auch gehe. Und dann stehen zu bleiben, wenn ich stehen bleibe. Und nochmal, Holly, wir machen das so lange, bis es funktioniert. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Wir sind jetzt aus der Box draußen. Was war denn das? Holly, nein! Aber wie ihr sehen könnt, ist sie immer noch sehr, sehr schreckhaft. Ein paar weitere Tage sind jetzt wieder ins Land gezogen und ich habe mit Holly das Ganze wirklich jeden Tag trainiert. Es klappt wirklich immer, immer besser und deswegen sind wir heute bereit, zum Putzplatz zu gehen. Das wird jetzt nicht allzu schwer werden, denn Putzen, also die ganzen Bürsten und so, kennt sie bereits. Mit dem Anbinden klappt es auch schon ganz gut. Hier hatten wir jetzt keinerlei Probleme, was mich echt freut. Jetzt habe ich hier schon meinen Putzkasten und jetzt werde ich sie ein bisschen putzen. Ich bin mit dem Putzen fertig. Das habe ich jetzt nicht mitgefilmt, aber es hat wirklich super gut funktioniert und wie ihr sehen könnt, ist Holly ganz schön neugierig, denn sie muss irgendwie immer mit dabei sein, wenn ich zum Beispiel mit der Kamera rede oder so. Und heute werden wir gleich noch einen weiteren Schritt wagen und zwar kommen wir heute zum Longieren. Bei den ersten paar Longierungen wird mir auch meine Mutter helfen, weil, um ehrlich zu sein, ist sie ein richtiger Profi, wenn es ums Longieren geht. Ich eher noch nicht so. Vor dem richtigen Longieren muss sich Holly natürlich noch ein bisschen an die Longe gewöhnen. Da ist meine Mutter auch gerade schon dabei und später werden sie versuchen auch, die ein oder andere Runde zu drehen. Ich hoffe, Holly und meine Mutter bekommen das gut hin. Und ich würde mich dann wieder melden, wenn das mit dem Longieren und mit Holly super gut klappt und wir an das erste Gewicht gehen. Mehrere Tage sind jetzt vergangen und das mit dem Longieren klappt wirklich schon super gut. Heute werden wir es zum ersten Mal mit ihrem Sattel versuchen. Und wenn das gut geht, können wir nächste Woche schon dran gehen und versuchen, sie an das Reitergewicht zu gewöhnen. Sie ist teilweise zwar immer noch ein bisschen schreckhaft, aber wirklich nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Worüber ich wirklich erstaunt bin. Wichtig ist, dass man das Pferd nicht in einen sogenannten Sattelzwang gibt. Man darf den Bauchgurt nie, wirklich niemals zu fest ziehen. Nach ein paar ziemlich chaotischen Bucklern macht sie jetzt super gut mit. Der Sattel ist zwar immer noch neu für sie, aber für ihre Verhältnisse gewöhnt sie sich wirklich schnell an ihn. Wir haben ihr den Sattel auch schon oft genug gezeigt und einmal halt draufgelegt und so weiter. Und das ist jetzt eben das erste Mal, wo sie wirklich mit dem Sattel läuft. Neuer Tag, neues Glück. Also es ist jetzt ungefähr eine Woche, denke ich, vergangen, seitdem ich das letzte Mal gefilmt habe. Heute ist der große Tag gekommen. Ich werde mich zum ersten Mal auf Holly draufsetzen und schauen, wie das so wird. Hierfür habe ich mir so eine Aufstieghilfe geschnappt und da werde ich jetzt draufgehen und mich ein bisschen über sie beugen. Ungefähr so. Dabei soll sie ganz ruhig stehen bleiben. Und noch einmal. Gut gemacht, Holly! Mal sehen, ob das von der anderen Seite auch so gut klappt. Super, Holly! Das macht sie alles gut mit, also kann ich noch einen Schritt weiter gehen und schon das erste Gewicht hier auf den Steigbügel ausüben. Wenn sie hier ruhig stehen bleibt, haben wir sie gut vorbereitet. Super, Holly! Bravo! Und auch auf der anderen Seite Dann bin ich jetzt mal gespannt, was passiert, wenn ich mich zum ersten Mal in den Sattel setze, ob ich im Dreck liegen werde oder ob ich ganz sicher sitzen werde. Noch ist alles gut, noch sitze ich. Super, Holly! Toll machst du das! Jetzt können wir ja mal die Longe abmachen und schauen, was dann passiert. Ich drücke jetzt ganz vorsichtig an und sie soll ein paar Schritte laufen. Und jetzt bleibt sie auch schon wieder stehen. Sie ist noch ein bisschen unruhig, aber das reicht auch für heute. Das hat sie wirklich gut gemacht. Wir werden das jetzt die nächsten paar Tage immer so üben und werden sie dann bald auch an eine richtige Trense gewöhnen, damit ich auch Zügel und so weiter habe, weil, wie ihr gesehen habt, hatte ich gerade keine Zügel. Und ja, das war ein bisschen unüberlegt, aber Gott sei Dank ist nichts weiteres passiert. Außerdem hält man sich beim Reiten eh nicht an den Zügeln richtig fest. Also wenn das Pferd losbuckelt und so, spielen die Zügel keine so wichtige Rolle wie die Beine am Sattel. Fakt ist, dass sie in einer Woche, wenn alles gut geht, zu einer Western-Trainerin kommt, eine gute Freundin von meiner Mutter, die auch gleichzeitig eine Expertin für Horsemanship ist. Sie wird mit Holly eine Art Antischreck-Seminar machen, denn Holly ist dennoch ein bisschen unberechenbar. Gerade wenn es ums Reiten geht, habe ich da ein bisschen Angst. Wir haben mit ihr zwar schon richtig gut gearbeitet, was die Schreckhaftigkeit angeht, aber sonst habe ich davor Angst und möchte das lieber einem Profi überlassen. Außerdem wird sie die nächsten paar Monate dann immer bei uns vorbeischauen, also einmal oder zweimal im Monat, um unsere Fortschritte zu sehen und uns vielleicht noch einige Tipps zu geben, die uns helfen könnten. Ich gebe euch jetzt ein kurzes Update. Holly ist schon seit ca. zwei Wochen bei der Pferdetrainerin und sie hat mir auch schon Videos geschickt, die kann ich euch auch gleich zeigen. Hollys Entwicklung ist wirklich total schön mit anzusehen. Die Trainerin hat gesagt, dass sie beim Reiten wirklich noch etwas schreckhaft ist, aber vom Boden aus geht es schon ganz gut. Bodenarbeit ist ja teilweise auch das A und O, wenn es um Vertrauen und mehr solche Dinge geht. Wenn es vom Boden nicht funktioniert, funktioniert es auf dem Pferderücken auch nicht. Außerdem hat sie gesagt, dass Holly eine sehr gute Muskulatur hat und sie sagt auch, dass man sieht, dass unser Training sehr viel gebracht hat. Da bin ich auf jeden Fall schon sehr stolz drauf und ich freue mich, wenn Holly wieder zurück ist und man sie dann vielleicht schon richtig reiten kann. Denn seitdem ich diesen schlimmen Unfall gehabt habe durch ein noch nicht richtig eingerittenes Pferd, da bin ich halt runtergefallen und habe mir zwei Rhythmen gebrochen, seitdem habe ich da ein bisschen Angst und deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir eine Pferdetrainerin kennen, die uns bei Holly halt helfen kann, sodass ich und meine Cousine dann ein tolles Pferd haben. Hallo, eine ziemlich lange Zeit ist jetzt vergangen. Holly ist jetzt schon seit zwei Wochen zurück von der Pferdetrainerin und ich bin wirklich so begeistert. Ich finde es wirklich krass, was man in so einer kurzen Zeit erreichen kann. Sie haben viel mit so einer Schreckplane gearbeitet und aber auch mit Feuer, mit alten Rascheldosen oder auch mit anderen Dingen, die laut sind. Anfangs war Holly noch sehr skeptisch, hat sie gesagt und sie hatte auch vor sehr vielen Dingen sehr viel Angst. Aber die Trainerin meinte, dass Holly ziemlich schnell lernt und somit haben wir es jetzt erreicht, dass Holly fast überhaupt nicht mehr schreckhaft ist, zumindest nicht so schnell. Klar, jedes Pferd kann sich mal erschrecken, aber ich meine halt nicht vor jeder Kleinigkeit. Und das haben wir jetzt hingeregt, dass das nicht mehr der Fall ist. Nun ist Holly ein sicheres Pferd. Oh, hi! Und ich melde mich jetzt noch ein letztes Mal. Es ist jetzt ungefähr ein Jahr vergangen, seit Holly zu uns kam. In der Zeit hat sich wirklich sehr viel verändert. Und von einem wilden Mustang wurde sie zu meinem Traumpferd, zu einem wirklich tollen, sicheren und lieben Pferd. Ich bin wirklich froh, dass wir die Möglichkeit hatten, Holly zu einer Pferdetrainerin zu geben. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, alles alleine zu schaffen, aber ich hatte dann doch zu viel Angst. Und ich bin froh, dass ich das Ganze einem Profi überlassen konnte. Ich habe echt viel gelernt, auch wenn ich oft fast am Ende war. Ich war kurz davor aufzugeben. Ich habe im Videotagebuch zwar fast nur die guten Dinge mitgefilmt, aber es gab auch genug schlechte Tage. Man sollte nur nie aufgeben und immer weitermachen. Denn mit Geduld kann man auch einem wilden Pferd beibringen, lieb zu werden. Also Leute, nie aufgeben. Eure Vanessa und eure Holly. iban und eher für vorher war we haben power